So, da bin ich auch schon wieder zurück und ihr seht schon, ich bin schon in Dynamite 2 drin. Ich war eher so überlegen, ob ich es mir kaufen soll, aber ich habe es dann doch gemacht, weil ich mich halt doch überzeugt bei anderen Streamern. Und wie ihr schon wisst, klar, ich bin auf Twitch am Streamen, also Card86. Dort werdet ihr mich finden. Link ist natürlich wieder in der Videobeschreibung. Dann gibt es nämlich noch ein paar andere Dinge, die natürlich den einen oder anderen auch interessieren werden. Nämlich, Twitch hat wieder die Drops aktiviert. Was bedeutet, wenn ihr einem Streamer drei Stunden zuguckt, einer davon könnte ich sein, weil ich habe die Drops nämlich auch aktiviert, dann habt ihr die Möglichkeit, hier diese Aktie bekommen oder diese Maske oder hier diese Machete. Ist eigentlich nicht schlecht. Also drei Stunden muss man halt irgendeinem Streamer zugucken, um die Drops zu erhalten. Das Ganze geht bis Donnerstag, 10. Februar. Also lasst euch nicht zu lange Zeit, weil es gibt viele Streamer, die sind dann auf einmal verschwunden, die Drops nicht mehr aktiviert. Also von daher, viele gehen ja immer nur neue Spiele rein, holt sich den Hype mit und das war's. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei auf Twitch. Wie gesagt, Name ist Card86. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Dann immer noch Dangleight 2 Uncut. Meine Version ist nicht die Uncut, aber ich kann euch ganz sicher sagen, also mich stört es nicht. Weil das einzige, was ich jetzt so gelesen habe, was der Unterschied ist halt, dass du Menschen halt nicht köpfen kannst. Ja, das Spiel ist ein Zombiespiel. Mehr brauch ich nicht sagen, oder? Aber derzeit halt nicht lieferbar bei Steam. Aber hatte ich heute Mittag schon gesagt, guckt euch immer wieder mal rein. Wenn ihr das Ganze natürlich auch für PSN kaufen wollt oder Xbox oder wo auch immer, denkt dran, gute Abendkarten sind natürlich auch hier. Gerade wenn man sich die größere Variante kaufen will. Hier das beste Beispiel. 100 Euro kostet die eigentlich die PSN-Karte hier für 90. Also wer Bock hat, kann sich da was gönnen. Und natürlich könnt ihr mich damit unterstützen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich starte jetzt den Livestream und den einen oder anderen sehen wir gleich und haut herein.